Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe meines SW-Torcasts, präsentiert von Darugl.de. Im heutigen Teil werde ich das PvP-System von Star Wars The Old Republic näher beleuchten. Dazu gehe ich zunächst einmal auf den allgemeinen Aufbau vom Spieler-gegen-Spieler-Modus in diesem Spiel ein. Wie sieht es mit den Kämpfen aus? Sind sie schnell oder langsam? Wie ist die Dauer? Wird es Belohnungen oder Titel geben? Anschließend geht es um PvP in der normalen Spielwelt, ob man zum Beispiel die Startgebiete oder Hauptstädte der gegnerischen Fraktionen überrennen kann oder wird dem ein Riegel vorgeschoben von Seiten von Bioware. Als dritten Punkt werde ich mir das instanzierte PvP, die sogenannten War Zones, anschauen. Hierzu habe ich drei Beispiele herausgesucht, die bereits von Bioware bestätigt worden sind. Weitere wichtige Punkte sind dann noch das Scoreboard, das nach jeder War Zone angezeigt wird und, was für viele WoW-Spieler sehr interessant sein dürfte, die PvP-Belohnung bzw. die Ausrüstung. Aber fangen wir doch zunächst mit den allgemeinen Informationen zum PvP an. PvP ist optional, das heißt, es wird niemand dazu gezwungen. Wer es also nicht mag, der lässt es einfach. Dieses ganze Rumgeflame, ob nun PvP oder PvE besser ist, bringt niemandem etwas. Ich werde an dieser Stelle nur einen Überblick über PvP geben, zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich auch über das PvE. Wer WoW spielt, wird es kennen. Das tolle Gefühl, einen Gegner gewoneshottet zu haben. Oder aber das miese Gefühl, wenn man plötzlich tot umfällt, obwohl man nur ein bis zwei Treffer einstecken musste. In SWTOR versucht Bioware einen anderen Weg einzuschlagen. Kämpfe dauern eine Weile, bis jemand tot umfällt. Es wird keine Kämpfe geben, die nur wenige Sekunden dauern. Jede Klasse ist in der Lage, einige Treffer auszuhalten. Das soll dem Spieler mehr Möglichkeiten geben, den Kampf aktiv durch seine Fähigkeiten zu gestalten. Passend dazu hat Bioware sich viel Mühe gegeben, dass die Lichtschwertduelle eindrucksvoll aussehen. Es wäre wenig episch, wenn ein Jedi gegen einen Sith kämpft und beide sich einfach nur nacheinander mit dem Lichtschwert hauen. Viel epischer ist es doch, wenn sich die Schwerter tatsächlich treffen. Und so wird es auch sein. Die Charaktere reagieren aufeinander. Eigentlich spulen sie nur einen zuvor choreografierten Kampfablauf ab, aber gerade das sieht sehr dynamisch aus. Doch auch die Klassen, die ohne ein Lichtschwert auskommen müssen, sind nicht chancenlos oder gar nutzlos im PvP. Sie haben von den Entwicklern eine ganze Palette Fähigkeiten an die Hand bekommen, die sie einem Jedi mindestens ebenwürdig machen. Sei es den Gegner heranzuziehen, in Deckung zu gehen oder das clevere Nutzen ihrer Ausrüstung. Jede Klasse wird keiner anderen Klasse hoffnungslos unterlegen sein. Um dies zu gewährleisten, wird es auch PvP-Talente in fast jedem der drei verfügbaren Talentbäume geben, die man wählen kann, aber nicht muss. Natürlich kann es vorkommen, dass mal eine Talentverteilung besser funktioniert als eine andere. Aber im Großen und Ganzen wird das PvP gebalanced sein. Zudem werden nicht alle Fähigkeiten im PvP denselben Effekt haben wie im PvE. Zum Beispiel die Fähigkeit Taunt oder zu Deutsch Spott. Im PvE zwingt es einen Gegner, den Charakter anzugreifen, der ihn verspottet hat. Das sähe im PvP ziemlich seltsam aus, wenn der eigene Charakter plötzlich von seinem, vielleicht sogar dem Tode geweihten Ziel ablässt und irgendeinen anderen angreift, nur weil der das will. Daher fungiert Taunt im PvP als Buff, der den erlittenen Schaden von Gruppenmitgliedern verringert. Für den Einsatz von Taunt wird der Tank eine Belohnung erhalten, um einen weiteren Anreiz zu schaffen. Genauso wird es weitere Belohnungen geben, wenn ein Spieler wichtige Aufgaben für seine Gruppe erfüllt, wie zum Beispiel das Verteidigen einer Basis, das Beschützen eines Heilers oder das Stehlen einer Flagge. Damit will Bioware die Spieler davon abbringen, sich sinnlos in irgendeinen Zerg zu stürzen. Denn wer zergt, lässt die Gruppe hängen und führt damit oftmals zu einer Niederlage. Da die Spieler aber nicht unbedingt freiwillig solche Sachen machen, gibt es verschiedene Belohnungen. Um was es sich dabei genau handelt, erkläre ich später noch. Aber im Endeffekt ist ohnehin Skill das wichtigste Element im PvP. Die gesammelte oder erspielte Ausrüstung macht nur ca. 10% einer Kampfes aus. Wenn also zwei Spieler aufeinandertreffen und beide vom Skill her genau gleich sind, dann wird meistens der Spieler gewinnen, der die bessere Ausrüstung hat. Aber um große spielerische Defizite auszugleichen, ist das Equip definitiv nicht geeignet. Und Skill wird sogar noch mehr belohnt. Denn SWTOR wird ein Rangsystem beinhalten, das den Charakteren verschiedene Titel beschert. Sie sind levelabhängig und nicht auf eine gewisse Anzahl an Spielern beschränkt, sodass theoretisch jeder auf der Maximalstüfe auch den höchsten Rang erreichen kann. Allerdings würde das viel Zeit in Anspruch nehmen und da PvP ohnehin nicht jedem liegt, ist die Angst, dass dann tatsächlich alle Spieler mit demselben Titel herumlaufen, wohl unbegründet. Die errungenen Titel werden ingame neben dem Charakternamen angezeigt, Genauso wie eine weitere neuartige Mechanik, Resolve. Hierbei handelt es sich um eine abgewandelte Form von Diminishing Returns, kurz DR. DR bedeutet, dass eine Fähigkeit von ihrer Effektivität einbüßt, wenn man sie oft verwendet. Und so ähnlich funktioniert Resolve auch. Der Resolve-Balken kann momentan bis zu 800 Punkte aufgefüllt werden. Eine Sekunde im CC erzeugt 100 Resolve. Bei 800 Resolve ist man immun gegen jeglichen CC. Der Balken leert sich mit der Zeit wieder, damit man nicht dauerhaft immun ist. Um zu sehen, ob der Einsatz einer CC-Fähigkeit sinnvoll ist oder nicht, kann man am Refolve-Balken seines Gegners ablesen, denn dieser ist für alle Spiele sichtbar. Ob man einen Gegner mit 500 Resolve bewegungsunfähig machen sollte oder seine Fähigkeit lieber für jemand anderen aufspart, muss dann jeder für sich selbst und für die entsprechende Situation selber wissen. Open World PvP Gebiete in Star Wars wie Old Republic werden entweder freundlich, umkämpft oder feindlich sein, wie man es aus World of Warcraft kennt. Wenn man sich auf einem PvP-Server befindet, kann man in umkämpften und feindlichen Gebieten jederzeit angegriffen werden. Auf PvE-Realms muss man sich erst selbst flaggen. Außer dem jeweiligen Startplaneten wird jeder Planet über verschiedene Gebiete verfügen, die Städte gehören jedoch fest einer bestimmten Fraktion und können daher nicht eingenommen werden. Innerhalb dieser Städte kann ohnehin nicht gekämpft werden. Dasselbe gilt auch für bestimmte Zonen wie beispielsweise den Hood-Palast auf Nar Shaddaa. Zudem wird es Mechaniken geben, die das Ganken von Low-Level-Charakteren verhindern soll. Wie diese aussehen ist noch nicht bekannt. Für den Endgame-Bereich wird es vermutlich sogar einen ganzen Planeten geben, der nur dem Endgame-Open-PVP gewidmet ist. Instanziertes PvP – Die War Zones Aber der größte Teil des PvP spielt sich in den instanzierten Kriegsgebieten ab, den War Zones. Sobald man Level 10 erreicht hat, darf man sich für alle War Zones anmelden, natürlich auch als komplette Gruppe. Allerdings dürfen die Begleiter nicht an den Schlachten teilnehmen. In den bisher angekündigten War Zones spielt man 8 gegen 8. Dabei ist es vollkommen egal, auf welchem Level man sich befindet. Wenn man gerade den Startplaneten beendet und somit Level 10 erreicht hat, kann man zum Beispiel mit einem Level 38er und einem Level 50er zusammen eine Gruppe bilden und ein Kriegsgebiet betreten. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Level spielt im instanzierten PvP von Star Wars keine Rolle. Oder zumindest nur eine Untergeordnete. Aus World of Warcraft kennt man ja die sogenannten Brackets, die Charaktere nur mit ungefähr gleichem Level in ein Schlachtfeld packen. Das fängt mit dem ersten Bracket von Level 10 bis 14 an und hört mit Level 80 bis 84 auf. Es ist in WoW unmöglich, mit Charakteren aus einem anderen Bracket zusammenzuspielen. Es wäre auch reichlich sinnlos, als kleiner Level 10-Charakter auf einen Level 83er einzuschlagen. Und doch soll es in SW-Tor möglich sein. Dafür sorgt der Bolster-Buff. Mit dem Bolster-Buff werden Charaktere, die niedriger am Level sind, gestärkt, um sie auf das Niveau der anderen Charaktere anzuheben. So können auch Freunde mit großen Levelunterschieden in War Zones zusammenspielen. Soweit bisher bekannt, betrifft der Buff nur die Werte. Also Gesundheit, Angriffskraft und so weiter. Wie es mit den Fähigkeiten aussieht, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings ist es schwer vorstellbar, dass man sich auf Level 10 anmeldet und plötzlich alle Fähigkeiten beherrscht, obwohl man die eigentlich erst viel später erlernen würde. Das würde gerade Neulinge, was wir zum Release alle erst einmal sind, mit ziemlicher Sicherheit überfordern. Wenn man dann einer Warzone beigetreten ist, geht es daran sich zu orientieren. Dafür werden im UI deutlich die Ziele des jeweiligen Kriegsgebietes angezeigt, natürlich immer auf dem aktuellsten Stand. Zudem gibt es Power-Ups, die den Schaden, Heilung oder die Geschwindigkeit erhöhen oder den Spieler sogar heilen. Diese Power-Ups werden auf der Karte für jeden angezeigt und können auch aufgenommen werden, während man im Stealth ist. Solltet ihr trotz der Buffs einmal sterben, gibt es keinen Timer, der die Wiederbelebung verhindert. Direkt nach dem Tod steht der Charakter wieder oben im Kreuzer. Dort könnt ihr auf einen der drei Gleiter steigen und mit dessen Hilfe an drei verschiedene Punkte auf der Karte reisen. Die Zeit während der Fahrt auf dem Gleiter stellt die einzige Beschränkung beim Wiedereintritt in eine Schlacht dar, denn am besten gefällt auch allen die aktive Teilnahme. Trotzdem gibt es immer wieder Spieler, die sich am liebsten in ihrer eigenen Basis verschanzen und sie nicht verlassen. Diese Strategie nennt sich Turtle-Taktik. Man zieht sich in die eigene gepanzerte Basis zurück und wartet darauf, dass der Gegner etwas unternimmt. Grundsätzlich eine sehr defensive Taktik, doch in manchen Situationen ist sie durchaus von Nutzen. Wenn allerdings beide Seiten von Beginn an auf die Idee kommen, sie anzuwenden, wird die Schlacht ziemlich langweilig, denn niemand wird je auf einen Gegner treffen. Sollte doch mal jemand die gegnerische Basis attackieren, steht er dem kompletten gegnerischen Team chancenlos gegenüber. Damit eine solche Situation nicht vorkommt, hat Bioware einen Soft-Timer eingebaut. Beispielsweise werden die Alderaan-Geschütze immer weiter schießen, bis eines der Schiffe zerstört ist und somit eine Seite gewinnt. Eine weitere Idee, um die Schlachten interessant zu gestalten, sind variable Karten-Layouts. Manche PvP-Maps sind symmetrisch aufgebaut, andere nicht. Beispiele für symmetrische Karten wären in World of Warcraft die Kriegshymnen-Schlucht oder das Auge des Sturms. Asymmetrisch wäre dagegen die Schlacht um Gilneas. Doch schauen wir uns das Ganze an konkreten Beispielen aus Star Wars The Old Republic an. Bisher wurden drei Warsons angekündigt. Alderaan, Voidstar und die Arena Huttball. Beide Fraktionen verfügen über ein gigantisches Raumschiff, das die jeweils acht Spieler zum Schauplatz des Kampfes bringt. Jedes der Schiffe verfügt über 600 Lebenspunkte, die auch im Interface jedes Spielers angezeigt werden. Zudem gibt es drei Geschütze, die übernommen werden können und anschließend alle fünf Sekunden Schaden einem gegnerischen Schiff verursachen. Geschütze müssen per Klick an einer Kontrolltafel übernommen werden. Dies dauert etwa 15 Sekunden. Bei erlittenem Schaden wird die Aktion abgebrochen. Ziel des Kampfes ist es, das jeweils eigene Schiff am Leben zu halten bzw. das gegnerische Schiff zu zerstören. Das Kartenlayout von Alderaan ist symmetrisch aufgebaut. Das zentrale Geschütz wird von zwei C-förmigen höher gelegenen Ebenen umgeben, von denen Schmuggler und Agenten mit Deckung runterschießen können. Die beiden seitlichen Geschütze sind höher gelegen und je durch zwei kurze Rampen erreichbar, die auch als Deckung genutzt werden können. Unter dem zentralen Geschütz gibt es einen Tunnel, der die beiden Seitengeschütze verbindet. Die Geschützkontrolltafeln sind an Säulen befestigt, die auch von hinter der Säule erreichbar sein werden. Zudem hat jede Gruppe eine Safe Zone. Diese ist nicht für den Gegner erreichbar und es gibt dort Käufer für Dinge wie Steampacks oder Medikits. Hutball Diese Arena befindet sich auf dem Schmugglermond Nashadar und bietet den Spielern eine ungewöhnliche Aufgabe. Zwei Teams treten dabei in einem Spiel namens Huttenball gegeneinander an. Die Teilnehmer müssen versuchen, einen Ball aus der Mitte der Arena hinter die gegnerische Ziellinie zu befördern, um zu punkten. Dabei können sich die Spieler den Ball auch zupassen oder dem Gegner abnehmen. Im Grunde genommen ist Huttenball eine abgewandelte Form von Capture the Flag, nur dass die Flagge in diesem Fall ein Ball ist und auch passbar sein wird. Zudem haben die Macher von Star Wars The Old Republic der Huttenball Arena auch große Sprungfelder verpasst, sodass Spieler weite Sprünge machen und so Teile des Feldes einfach überspringen können. Die Cherka Corporation, eine weitreichende Verbrecherorganisation im Star Wars Universum, hat außerdem ein paar feurige Fallen in den Austragungsort eingebaut. Ein Stadionsprecher heizt zudem die Spiele an, sich gegenseitig zu bekämpfen, um den Ball an sich zu reißen und das Spiel zu gewinnen. Voidstar Über diese Warzone weiß man nicht viel. Bekannt ist, dass es ebenfalls ein 8-gegen-8-Schlachtfeld ist mit einem Angriffs- und Verteidigungsszenario auf einem verlorengegangenen imperialen Schiffsprototyp, dem Voidstar. Hier muss man nacheinander eine Tür sprengen, eine Brücke ausfahren und ein Sicherheits-Terminal überbrücken, um an den Datenkern des Schiffs zu gelangen und die Warzone auf diese Weise zu gewinnen. Die Karte ist nicht symmetrisch aufgebaut. Beide Fraktionen sind nacheinander Angreifer und Verteidiger. Wahrscheinlich wird es beim ersten Angriff eine Stoppuhr geben, die dann für den zweiten Angriff als Zeitlimit fungiert. Dieses Prinzip kann man am ehesten mit dem Strand der Uralten aus World of Warcraft vergleichen. Allerdings wird es keine Fahrzeuge geben, die man bedienen muss. Das Scoreboard Das Scoreboard ist bei OS Versuch zur Verbesserung der PvP-Community. Aber kommen wir zuerst einmal auf die Funktion zu sprechen. Am Ende jeder Warzone sieht man das Scoreboard der Runde. Auf dem Scoreboard sieht man für jeden Spieler folgende Statistiken. Commendations, Damage Done, Kills, Defense, Death, Healing, Objectives und Abzeichen. Beim Mouse-Over über diese Werte sieht man weitere Informationen. Klingt im ersten Moment nach ziemlich vielen unübersichtlichen Daten. Doch nach kurzer Zeit hat man sich daran gewöhnt und kann den Zahlen wichtige Informationen entlocken. Die Standardwerte dürften jedem bekannt sein. Bei Damage Done erfährt man in etwa die DPS und den höchsten Crit. Bei Defense sieht man wie viel Schaden durch Guard absorbiert und durch Taunt verhindert wurde. Kills werden in Schaden auf dem Gegner bevor er starb und Killing Blow aufgeteilt. Und Objectives sagt aus, ob man bei der Verteidigung oder beim Angriff von Warzone-Zielen beteiligt war. Was aber nicht bekannt sein dürfte, sind das Commendation-System und die Abzeichen. Commendation-System Commendation heißt auf Deutsch so viel wie Belohnung oder Empfehlung. Am Ende einer Warzone kann jeder Spieler einen anderen Spieler mit einer Commendation auszeichnen. Diese Commendation erhöhen die erhaltenen Belohnungen. Abzeichen gibt es für besondere Aktionen und Errungenschaften in der Warzone. Beispielsweise das Absorbieren von 10.000 Schaden ohne zu sterben, 30 erzielte Kills, das Einnehmen von 3 Zielen oder dem Verursachen von 100.000 Schaden. Diese Abzeichen sind allerdings gebalanced. Für 30 Kills gibt es ein Abzeichen. Danach sollte man sich, wenn man weitere Abzeichen sammeln möchte, einer anderen Aufgabe widmen, etwa dem Verteidigen. Wenn man in der Warzone Abzeichen erhält, sehen das alle Spieler in ihrer Chatbox. Wenn jemand mehrere Abzeichen erhält, gibt es ein Warzone-weites Voice-Over. Zum Beispiel, Darth Darion ist unstoppable. Damit später Mitspieler wissen, wem sie Commendations geben können und damit Gegner wissen, auf wen sie sich konzentrieren oder aus dem Weg gehen sollten. Wer mehr Abzeichen sammelt, erhält natürlich am Ende der Runde mehr Belohnungen. Damit überhaupt jemand dieses System benutzt, darf erst ca. 20 bis 30 Sekunden nach Ende der Schlacht diese auch verlassen werden. Denn ansonsten verlassen 90% der Spieler die Warzone oder das Schlachtfeld direkt. So ist man aber in gewisser Weise dazu gezwungen, sich mit anderen Spielern auseinanderzusetzen. Um exakt diese Spieler kann man immer wieder treffen. Sowohl in Warzones wie auch in der offenen Welt, denn PvP-Gruppen werden nur serverintern gebildet. So soll das Commendation- und Abzeichensystem Spieler zum Zusammenspiel und gutem Benehmen in Warzones verleihen, um eine tolle PvP-Community zu schaffen. Wenn jemand wirklich gute Leistungen für seine Gruppe erbracht hat, dann kann man ihm das danken, indem man ihm weitere Belohnungen zukommen lässt. Leider birgt dieses System auch ein großes Problem. Geht man beispielsweise zu zweit in eine Warzone, kann man sich am Ende gegenseitig die Punkte zuschieben. Das ist von Bioway nicht so gedacht, aber es ist zu befürchten, dass viele Spieler so handeln werden. Zumindest wäre es in World of Warcraft so, denn Items und Epics sind extrem wichtig. Allerdings ist in Star Wars The Old Republic die Ausrüstung nicht der entscheidende Faktor, sondern Skill. Aber auch in SWTOR gibt es spezielle PvP-Ausrüstung. PvP-Ausrüstung und Belohnungen Die erhaltenen Abzeichen lassen sich zum einen in PvP-Punkte umwandeln oder gegen nützliche Items für den nächsten Kampf eintauschen. So stehen unterschiedliche Buffs zur Auswahl, die euch zum Beispiel für kurze Zeit schneller laufen lassen, den Schaden erhöhen oder euch heilen. Für eine höhere Anzahl an Abzeichen könnt ihr auch eine Kiste erwerben, in der verschiedene der kleinen Helferchen vereint sind. Außerdem gibt es verschiedene PvP-Punkte. Vailer-Points, Vailer-Tokens, Experience-Points und Credits als Belohnung. Vailer-Punkte erhöhen den Vailer-Rang. Der Vailer-Rang wird bis auf ein paar wenige Teile nicht den Zugänglichkeit zu PvP-Gear beschränken. Höhere Vailer-Ränge gewähren unterdessen neue Titel, die Gruppenumführung in einer Warzone oder die Möglichkeit, Ziele zu markieren. Vailer-Tokens können dagegen in der Warzone gegen Steampacks oder Medikits getauscht werden oder außerhalb der Warsons gegen PvP-Ausrüstung. Dafür gibt es klassenspezifische PvP-Händler, die PvP-spezifische Ausrüstung anbieten. PvP-Gear kommt mit einem PvP-Stut. Daher. Dieser erhöht Schaden, Schadensabsorption und Heilleistung im PvP, nicht aber im PvE. Dieses Gier ist im PvP etwa 10% stärker als gleichwertiges PvE-Gear. Das war die zweite Ausgabe meines Videopodcasts über Star Wars The Old Republic. Wenn ihr die nächste Ausgabe nicht verpassen wollt, schaut einfach auf unserer Website darugi.de nach oder abonniert unseren YouTube-Channel, dann dürftet ihr es auf keinen Fall verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Euer Darion